so hallo herzlich willkommen zurück zu fallout 4 so was zum fikt warum ist die händischen schüsse so ich habe mich noch mal erkundigt wo genau die wackelpuppen sind gott man red ist auch absolut durch dich gegangen und ich bin jetzt ein bisschen schlauer wir müssen ungefähr hier so unten in jedem bereich ist das das heißt wir haben uns auf jeden fall auch eine ziemliche reise vor uns bis darunter bis dann wird auf jeden fall level 20 erreicht haben bei dem was ich alles dort antreffen werde ich weiß noch nicht genau ich weiß nur irgendwo in dem bereich muss sein das schiff ist da wir müssen auf die insel dahinter das wird auch noch wichtig dass auch eine wackelpuppe als wir haben jetzt drei orte für drei wackelpuppen die ich zur kunden habe alle in ziemlich schweren gebieten vielleicht kann ich auch immer wieder durchschleichen im idealfall mal gucken mal gucken ich kann jetzt noch nicht garantieren ich sage ich gehe in einzelnen gebiete hier was rein schnell wie möglich wackelpuppe holen und wir raus da ich würde es unglaublich gern vermeiden meine munition zu verschwenden sondern alles durchladen und dann werde ich mir so ungefähr dort und muss irgendwo sein dort rechts haben eine große straße der ich folgen kann oder naja ich habe auch querfurt ein mein brett ist das ist ein bisschen durch die decke aber das anfühlt sich jetzt gar nicht mal so schlimm okay die durchsicht nur da im city sein oder naja wir ziehen wir mal los oh toll rationierung schnelle zu das dann kommt man herein nein ok aber hier kommt man durch so ich würde sagen einfach mal kunden auf dem weg was so ansteht wenn es geht orte ohne gegner aber es nah anders ist dann ist es halt so so für habe ich jetzt noch viel munition hierfür gut nehmen wir die sniper hey du kann ich auch auslassen so als hallo das schloss dies ich hoffe jetzt nicht an das wird ziemlich also zwar von dem hund das wird noch ein klitzel kleiner millimeter bitte na geht doch Ach, klar. Da habt ihr euch aber den Fallschnaß gesucht. Los Hund, hilf mir. Dass noch einer von den Spacken kommt, gibt den Headshot. Also, ein Red X wird auf jeden Fall noch nötig werden. Sonst bin ich nämlich fast so gut wie am Ende. So, der Hund, der dürfte weg sein. So, ich tue mich jetzt einmal per Red Away. So, zweimal Red weg. Oh, das Dimpel geht hinterher. Gut. So, wo sind denn die beiden Fasten jetzt? Wo sind denn die gestorben? Der eine ist doch hier krepiert. Läub, Ramin Fleisch. Einfach gleich die Qualität hochgegeben. Der eine lag doch hier unten. Da, genau. So. Und der andere muss drüben umgekrepiert sein. Aber ich glaube, den finde ich nicht mehr. Wenn der in einem Gebüsch gestorben ist, dann ist der weg. Ja. Nichts zu machen. So, was können wir erwarten? Nichts hier drüben. Ah, hier ist nichts. Fair Line Hill Estates. Okay. Oh, sweet. Nein, andere gibt es ja bestimmt. Aber ich bin hier nur auf der Durchreise. Kein Grund, dass hier irgendwie großartig alles zu sich suchen. Jetzt gehen wir schwer durch die Stadt durch. Keine Gegner. Okay. Dann kann ich hoffentlich noch ein Schnellreisepunkt freischalten. Perfekt. Toll. Vielleicht das erste Mal. Hier noch irgendwas. Nope. Hier. Nichts. Ich warte nur, dass es wirklich geht. Nämlich der Karte auftaucht. Und mich komplett zerstören. Okay. Hier ist alles cool. Nice. Ah, ich glaube, es wird zufrieden. Zugeht. Oh. Ein feindlicher Mr. Gutzi. Perfekt. Eine Schlamm-Bohne. Was auch immer ist das denn so. Alles so schädliche Gebiete hier. Oh, toll. Ich liebe Gohle. Jamaica Plain. Warum haben wir es mit der Karte angezeigt? WTF das Auto. Oh, hinter mir. Klar, wo sonst? Der will auch noch was. Da hinten kommt noch einer. Okay. Wo ist er da? Ich bin immer wieder sehr beliebt. Man merkt es. Immer ein schlimmer Loot. Diese ganzen Not-Refents. Oh, really. Danke, Hund. Gut, dass du das getankt hast. Du bist der Beste. Mistviecher. Ich bin ja echt nur auf der Durchreise. Oh, for fuck's sake. Ich wollte da jetzt nicht die ganzen Laden aufscheuchen. Vor allem, wir haben ja auch erst rumliegen, bevor sie sich mal zu erkennen geben. Egal, so. Wir gehen einfach weiter. Wir brauchen unsere Amo noch für ganz andere Sachen. Ich könnte ja durch mal die Railroad Quests weitermachen. Ist ja auch mal ganz gut. Wir haben im allgemeinen noch so viele Quests, die noch zu erledigen sind. Oh, for fuck's sake. Eine Königin auch noch, ey. Scheiße. Hallo, wirst du vielleicht auch mal das Fernrohr wegnehmen? Hallo, Spiel. Boah. Der macht keine halben Sachen. Mistvieh. Jetzt kommt die hier auch noch an. Boah, was? Oh Gott, wie schnell. Okay, 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 okay. Das ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Mein Controller dachte ich so, nö. Oh. Mystery. was ich weiß jetzt nicht warum ich bin aber offenbar bin ich ich war doch schon tot wieso ist mein leben das jetzt runter raus scheiß solchen kämpfen nicht aufhören ach klar hier bin ich jetzt erst wieder absolut logisch gibt es keinen anderen auf dem ich auch starten kann obwohl auch eine sache könnte theoretisch machen die wir absolut in saints tun aber man könnte es schaffen ich versuche es mal wir wissen ja dass wir auf die insel da müssen die da ganz hinten irgendwo ist es wäre quasi mal experiment ob man das schafft einmal das ganze mehr zu durchqueren ich tue noch mal die du machst du hier das anlegen und wir noch zwei mal rein dann noch eine redex und los geht's alter ich bin gespannt ob wir schaffen würden anzukommen dass sie bitte keine gegner sind ich kann mich schon mal nicht hoch doch jetzt so kurz ausschließlich suchen viel ist auch nicht das ist nur so komischer kuchenautomat na gut die reise geht weiter ich bin echt gespannt ob man es schaffen würde wie weit wäre es das noch ok wir müssen mehr in die richtung da hinten ist durch die insel sein also ich glaube es wird theoretisch auf jeden fall möglich da würden wir es auf jeden fall sehr viel einfacher machen ich sage das relax noch alles cool ok wir müssen noch weiter die richtung nach dort ist ja schon die insel ok ich dachte wir viel weiter weg auch keine gegner statt wenn das irgendwie ein paar meierloks werden oder so hoch mit hoch gott schocken so ist hoch alter so ist im weg gerade hoch hoch ok ok das war nice doch und noch kurz darüber schwimmen nachkommen was soll es haben wir schon mal hier sind das red an sich ist jetzt gar nicht mal so schlimm das geht schon ich finde wir drüben auch noch irgendwelche lustigen schätze relax wirkt nicht mehr und sofort prescht das red viel mehr rein total gut dass wir jetzt direkt nochmal das nächste nehmen können so weg die scheiße naja viel zu holen gibt es aber auch nicht ne und hier auf dem tollen schiff irgendwas naja viel ist ja auch nicht mehr naja lohnenswert ist anders egal auch zur insel gegner dürften echt theoretisch keine sein von dem was ich im video gesehen habe na los schon weiter wir haben es nicht geschafft danach right away stimpack und los geht's wo vielleicht kann ich sogar schlafen mit ein bisschen glück spektakle island und hüpf 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 ich hab kein plan okay das Waffen來ht nichts entled screams draft wir so bleiben und da habe ich auch schön viel ammo küchenwaage ja was auch sonst dort ein paar ofen wandschuhe alles was man so zum leben braucht alter ich dachte sind keine gegner for fucks sake die macht sich erstmal platt nicht mich das war schön unter euch oder die gerster drüben auch noch ne ach du scheiße jetzt oh fucker unangenehm tschüss nein oder das fliecher weg wollen oh gott das ist aber gegen die gegner man und gegen die gegner bedeutet nette waffe oh fuck die verfolge mich immer noch ach du scheiße ich mache an dem auch fast überhaupt keinen schaden das ist es halt mal kurz extra save und schwimm 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 hoch boah was alter 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 der damage ist unreal gut gut Ich mag den ja fast gar nichts. Der kommt ja aber nicht hoch, oder? Oh Gott, wie giftig bin ich gleich. Ziemlich. Hau rein. Gott, jetzt kommt der auch noch an. Meine Chance, den zu besiegen. Naja, nicht unbedingt zu schlecht. Okay, jetzt sind sie schlecht. Und bitte malher 이�örtelig. Aber das ist richtig. Gut.